Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 8. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 984 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Facebook, Wo ist Protest? Hey Spotify, Google.io, Oppo A74 und Spotify mit drin. Zu allererst beginnt das Ganze mit Facebook. Hatte ich diese Woche schon mal mit dem Daten-Lag. Das nicht ganz ungrosse, nämlich 530 Millionen Nutzer oder zumindest die Daten von diesen Nutzern wurden abgeriffen. Darüber habe ich ja schon erzählt, wie gesagt, diese Woche Facebook selber spielt das Ganze jetzt ein bisschen runter und spricht davon, dass es gar kein Hack war, sondern Scrapping. Das Ganze ist so eine Zwischengeschichte, wo man quasi einen Adressbuchzugriff simuliert und dann die Daten mit Facebook abgleicht etc. rauszieht und so weiter. Das Ding ist halt einfach, Facebook hat wieder mal versagt und Quatsch gebaut und sollte jetzt eigentlich gerade stehen und nicht immer nach Ausreden suchen. Aber ja, Facebook leider. Weiter geht es mit Apple und dem Wo-ist-Netzwerk. Wo ist es, die App, über die man schon seit vielen Jahren sein iPhone finden konnte. Find My iPhone hieß die früher mal. Dann kam auch die Watch, das iPad, der Mac und alle möglichen Apple-Geräte mit rein. Man sieht das immer, wo das Gerät aktuell ist oder zuletzt gefunden oder war, bevor es nicht mehr gefunden wurde und konnte es so aufspüren. Apple hat ja schon verlauten lassen, dass man das Ganze öffnet für MFI-zertifizierte Lizenznehmer. MFI ist made for iPhone oder iPad etc. Geschichten. Und das haben sie ja getan mit, wer war es? Belkin war, glaube ich, der Erste. Neu kommt jetzt hin zu Chipolo und OneMove. Das OneMove ist ja dem Achim sein E-Bike. Wer da ein bisschen mehr was dazu haben möchte, Achim in seinem Achim H. YouTube-Account, da findet ihr ein paar Videos zu diesem E-Bike. Und die kommen jetzt da mit rein. Heisst, die lassen sich jetzt darüber finden. Und das Coole an der ganzen App ist ja die globale Vernetzung schlussendlich. Denn jedes iPhone, jeder iPad, jeder iPod Touch, jeder Mac, zumindest die Aktuelleren, die diesen U1-Chip haben. Ist es der U1? Ja, es war der U1-Chip. Die senden immer auf einer gewissen Frequenz die Daten, wo sie sich gerade befinden, respektive suchen auch gleichzeitig danach. Das Ganze braucht nicht mal wirklich viel Strom, passiert sehr unterschwellig. Und solltet ihr an einem verlorengegangenen Gerät vorbeigehen, funkt das dem Besitzer seinen Standort. Das sind sehr, sehr praktische Gerichten. Kennt man vielleicht von Teil. Und Samsung hat ja mittlerweile auch sein eigenes Produkt rausgebracht. Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob beim nächsten Apple-Event dann die ominösen AirTags auf den Markt kommen werden. Weiter geht es mit Protest bei Google. Da gab es im letzten Dezember eine unschöne Entlassung von einer jungen Dame, dessen Namen ich jetzt auf die Schnelle nicht wieder, weil da so viele Namen drinstehen, rausfinden kann. Und die hatten Streitigkeiten. Zum einen hat Google eine Meinung, zum anderen hat sie eine Meinung. Es haben sich aber einige aus dem Team auf ihre Seite geschlagen, unter anderem ihr damalig direkter Vorgesetzte. Und auch dieser hat jetzt mittlerweile Google verlassen. In der Zeit, seit eben genannten Dezember, haben noch andere, teilweise hochrangige Leute aus der KI-Sparte bei Google das Unternehmen verlassen. Auch nachdem der CEO Sundar, ich kann den nie aussprechen, ihr wisst, wer ich meine, den lieben Google-CEO das ganze Fehlverhalten, zwar nicht das Fehlverhalten eingestanden hat, aber sich zumindest entschuldigt hat. Ja, anscheinend tut sich da bei Google was, womit einige der Mitarbeiter im Bereich des KIs nicht einverstanden sind. Schön wäre jetzt zu wissen, was das wäre und was da der Hintergrund ist. Link zu der ganzen Geschichte und ein paar weiteren Details und eben den vollen Namen wie Sammy Benjo etc. sind wie immer auf daily.geektalk.ch oder im Podcast, euer Vertrauens zu finden. Nächstens hört ihr Menschen nicht nur nach Alexa, nach Siri und nach Google rufen. Neu geht das jetzt für alle auch bei Spotify. Habt ihr die Spotify-App geöffnet, mit den nötigen Berechtigungen ausgestattet und ruft da, hey Spotify, starte XY, starte Playlist etc. Es gibt einen neuen Sprachdienst, um zu kommunizieren. Ich freue mich schon, wenn ich dann auch mit meiner Sonnenbrille sprechen kann, dessen Firmware ich heute geupdatet habe. Wer da mehr wissen möchte, ist noch in den, wie heissen die Dinger, Instagram-Stories oder Facebook-Stories bei beiden mit drin, wer nachschauen möchte. Weiter geht es mit Google. Da ist das Datum bekannt worden von der Google I.O., welche ja immer im Frühjahr stattfindet. Dieses in diesem Jahr zwischen 18. und 20. Mai stattfinden wird. Teilnahme ist wie immer online, also wie aktuell immer online und natürlich bei Google kostenlos. Dann geht es weiter mit Oppo, dem chinesischen Smartphone- und Kopfhörhersteller unter anderem. Die haben jetzt ein neues Smartphone oder besser gesagt zwei der vorgestellt, die preislich sehr, sehr interessant sind. Wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, weil sie sind in den Philippinen, glaube ich, aufgetaucht, war es. Thailand, Kambodscha und Philippinen, genau. Da ist das Oppo A74, 4G sowie die 5G-Variante aufgetaucht. Technisch ist es übrigens identisch mit dem Oppo F19, welches in China vertrieben wird. Das Ganze sind Budget-Smartphones, so im Bereich von 200 Währungseinheiten, knapp darum, haben einen schönen Screen-Full-HD-AMOLED-Displays, die haben eine schöne Touch-Sampling-Rate, können für Gaming genutzt werden, haben einen direkten Fingerabdruckscan auf dem Display, zumindest das 4G-Modell und ein Snapdragon 662, 6GB RAM und so weiter und so fort. Android 11 und ColorOS 11.1, also ein moderneres Betriebssystem als so andere aktuelle Oppo-Smartphone, und in der 5G-Version hat man einen stärkeren Prozessor, bei beiden 5000 mAh Akkus verbaut und der Fingerabdruckscanner ist da in die Seite gewandert. Auch die Kameras sind nicht schlecht und vor allem in dem Preissegment sehr, sehr interessant. Wer sich dafür interessiert, mal schauen, ob und wann, dass die Modelle dann auch zu uns in Schweiz, Deutschland und Österreich kommen werden. Zu guter Letzt gibt es nochmals was zu Spotify. Die haben wir, ich glaube, schon mal kurz angeschnitten, die Entwicklerbude hinter Locker Room gekauft, die Betty Labs, und die möchten das, oder werden das Ganze jetzt über die nächsten Monate integrieren, und zwar in die Spotify-App. Was ist Locker Room? Locker Room ist so, ja, man kann es salopp sagen, Clubhouse. Also was mit Audio live Zuschauer, oder besser gesagt Zuhörer, live mit reinnehmen, sich mit denen unterhalten, und darum soll es auch gehen. Spotify möchte da Sport, Musik, also Musikern, Songwritern oder eben Podcastern die Möglichkeit bieten, ein Live-Eichzeit-Publikum mit in die Audio-Produktion mit einbinden. Das werden wir in den nächsten Monaten noch von diversen Orten sehen. Auch das deutsche Studiolink-Format bastelt ja in der Richtung rum, und wer bastelt nicht an einer Audio-Lösung wie Twitter, LinkedIn und Facebook tun ja alle was in Richtung Clubhouse und Co. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze da integrieren wird, und wie sich das Ganze schlussendlich im täglichen Leben oder im Podcast-Leben aufschlagen wird. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt heute einen guten und erfolgreichen Tag. Wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.